Unser Sonnensystem besteht aus acht Planeten, wobei Pluto dieser Liste entnommen wurde. Diese Planeten sind nichts anderes als Riesensterne, die einen Stern umkreisen, der hunderte Male größer ist als sie. Im Laufe der Menschheitsgeschichte haben wir Jahre und Jahre damit verbracht, mehr über unser Sonnensystem und das unendliche Universum, das es umgibt, herauszufinden, wobei wir jedes Mal, wenn die Wissenschaft einen neuen Schritt macht, kleine Entdeckungen machen. Aber in dieser Welt der vielen Gerüchte und Fehlinformationen, die im Widerspruch zu korrekten Informationen stehen, ist nicht immer alles, was wir über unser Sonnensystem denken, tatsächlich wahr. In diesem Video werden wir Informationen über unser Sonnensystem aufdecken, von denen jeder dachte, dass sie wahr sind, die aber nicht stimmen. Willkommen bei den Geheimnissen der Unbekannten. Ist die Erde rund? Eine Unwahrheit, die schon immer verbreitet wurde, ist die Tatsache, dass die Erde rund ist. Aber beruhigt die Leugner, das bedeutet auch nicht, dass die Erde flach ist. Die Erde ist eigentlich ein unregelmäßig geformtes Ellipsoid. Und was bedeutet das? Im Grunde leben wir auf einem ovalen Planeten. Außerdem verändert sich die Form der Erde ständig durch Gezeiten, Vulkanausbrüche, Erdbeben und andere geologische Phänomene. Sind die Kanäle auf dem Mars echt? Im Jahr 1877 zeichnete der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli durch sein Teleskop eine Marskarte mit einem komplizierten Netz von geraden Linien, die die Oberfläche des Planeten durchziehen, und nannte diese Linien Kanäle, was auf italienisch Flussbetten oder Feuchen bedeutet. Damit begann die damalige Gesellschaft über die Möglichkeit zu spekulieren, dass diese Kanäle ein Beweis für die Existenz von intelligentem Leben auf dem Mars sein könnten, da sie dazu dienen würden, Wasser von den Polen zum gesamten Planeten zu transportieren, um seine Bewohner zu versorgen. Viele Astronomen sahen jedoch keine Kanäle auf der Oberfläche des Planeten, was sie zu der Annahme veranlasste, dass alles nur eine optische Täuschung war. Heutzutage haben uns mehrere Sonden bereits viele Details über die Oberfläche des roten Planeten geliefert, und es wurde nie eine Spur gefunden, dass diese Kanäle jemals existiert haben. Besteht der Jupiter nur aus Gas? Jupiter ist der bei weitem größte Planet in unserem Sonnensystem. Im Gegensatz zu dem, was viele Menschen denken, ist der Jupiter kein felsiger, fester Planet, sondern ein Gasplanet. Vor diesem Hintergrund sind viele Menschen zu der Überzeugung gelangt, dass es möglich wäre, den Planeten mit einem Raumschiff in der Mitte zu durchqueren, wenn wir dorthin reisen könnten. Selbst wenn man außer Acht lässt, dass der Jupiter 3 70 Kilometer dicke Gasschichten hat, muss man bedenken, dass im Inneren des Planeten ein so großer Druck und so hohe Temperaturen herrschen, dass die Gase zu einer dichten und undurchdringlichen Flüssigkeit werden, ganz zu schweigen von den schrecklichen Stürmen, die sich über Jahrhunderte an der Oberfläche abspielen. Obwohl er also als gasförmiger Planet gilt, ist er in seinen tiefsten Schichten von dichtem, flüssigem Material bedeckt. Ist Merkur der heißeste Planet? Merkur ist ein Kuriosum, denn ein Tag auf Merkur entspricht 176 Tagen auf der Erde, womit der Tag länger ist als das merkurianische Jahr, das etwa 88 Tage beträgt. Da er aber der sonnennächste Planet ist, glauben viele Menschen, dass der kleine Merkur der heißeste Planet in unserem Sonnensystem ist. Diese Information ist jedoch nicht zutreffend. Tagsüber kann die Temperatur auf dem Planeten unglaubliche 430 Grad Celsius erreichen, während es nachts bis zu minus 180 Grad Celsius kalt werden kann. Obwohl sie der zweitwärmste Planet in unserem Sonnensystem ist, ist die Venus wärmer als Merkur, mit Oberflächentemperaturen von über 475 Grad Celsius. Saturn hat nur drei Ringe? Der zweitgrößte Planet im Sonnensystem ist der Saturn, der sich durch seine drei unglaublichen Ringe von den anderen unterscheidet. Während der vier Jahrhunderte währenden Studien hatten die meisten Astronomen Schwierigkeiten, Worte zu finden, um dieses Phänomen zu beschreiben und die Zusammensetzung und den Ursprung der Ringe zu verstehen. Eine Zeit lang glaubte man, dass die Saturnringe ein fester Bestandteil des Planeten sein könnten. Nachdem wir jedoch eine Reihe von Sonden ausgesandt hatten, um diesen fernen Stern genauer unter die Lupe zu nehmen, entdeckten wir, dass sie aus Wasser, Eis und Gesteinsfragmenten bestehen, die von früheren Kollisionen von Kometen und Monden übrig geblieben sind. Und tatsächlich gibt es hunderte von Ringen, die den Planeten in drei weit voneinander entfernten Zonen umgeben, die aus der Ferne betrachtet nur drei Ringe zu sein scheinen. Ist der Uranus ein stinkender Planet? Der 1781 von dem Forscher William Herschel entdeckte Uranus wurde nach der griechischen Himmelsgottheit, dem Vater aller Titanen, benannt. Die Sonde Voyager 2 ist die einzige, die 1986 in der Nähe des Planeten vorbeiflog und viele Informationen sammelte. So entdeckten wir, dass der Uranus einer der am wenigsten dichten Planeten im Sonnensystem ist, dass er 27 Monde hat und dass seine Atmosphäre im Wesentlichen aus Wasserstoff, Helium und Methan besteht, also aus demselben Gas, das auch in Fäkalien freigesetzt wird. Würde Uranus also schlecht riechen? Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass der unangenehme Geruch vollständig verschwindet, wenn Methangastemperaturen von 200c ausgesetzt wird. Ist die Venus ein Planet, der mit der Erde identisch ist? Wahrscheinlich haben Sie schon einmal gehört, dass die Venus der Zwillingsplanet der Erde ist. Das liegt vor allem daran, dass die beiden Planeten mehr oder weniger gleich groß sind, eine felsige Oberfläche haben und auch eine Atmosphäre besitzen. Doch damit enden die Ähnlichkeiten zwischen der Erde und der Venus. Die Luft der Venus besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid, demselben Gas, das wir einatmen und das für uns giftig ist. Die Atmosphäre der Venus ist so dicht, dass sie einen großen Treibhauseffekt erzeugt hat, der dazu führt, dass die gesamte Venusoberfläche die höchsten Temperaturen im Sonnensystem aufweist, abgesehen von der Sonne. Die Wahrheit ist also, dass die beiden Planeten nicht so gleich sind, wie wir dachten. Haben Uranus und Neptun genau dieselbe Farbe? Neben Uranus ist Neptun der zweite Eisriese in unserem Sonnensystem. Da diese beiden Planeten jedoch die am weitesten von der Erde entfernten sind, haben wir nur wenige Informationen über sie, abgesehen von dem kurzen Besuch der Voyager Zweiter. Nach dem, was entdeckt wurde, hat dieser Planet mehrere Monde und eine Atmosphäre mit den schlimmsten Winden im Sonnensystem. Lange Zeit glaubte man, dass Uranus und Neptun die gleiche Blautönung haben. Neue Studien haben jedoch gezeigt, dass die Tatsache, dass Uranus von einer viel dickeren Methanschicht als Neptun umgeben ist, seine Färbung heller macht als die seines Nachbarplaneten. In diesem Video haben Sie gerade einige Unwahrheiten über unser Sonnensystem aufgedeckt. Wenn Sie weitere solche Geschichten kennen, schreiben Sie in die Kommentare. Und vergesst nicht, eure Eindrücke und Vorschläge an den Kanal weiterzugeben. Vergesst nicht, dieses Video zu leaken und mit euren Freunden zu teilen. Und verpassen Sie nicht das nächste Video des Kanals mit einer weiteren geheimnisvollen Kuriosität. Wir sehen uns im nächsten Video von Geheimnisse der Unbekannten.